Ich glaube, das Wesentliche, was wir hier lernen, ist, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, dann gibt es überhaupt das Theater oder nicht vielmehr ein Spektrum an Formen, an theatralen Formen, unter anderem in der Politik oder in der Kunst. Ein Lieblingsspruch von mir in der letzten Zeit ist, Jakob Tanner hat bei seiner Abschiedsvorlesung in Zürich gesagt, alle schreien, keiner liest. Und das finde ich so ein Spruch, da wollen wir auch dagegen wirken, also dass geisteswissenschaftliche Fächer auch dazu da sind, so ein kulturelles Gedächtnis und vielleicht auch ein reflektiertes, kritisches Korrektiv, also dass man Vorgänge in der Gesellschaft eben nicht einfach nur so beschreibt und irgendwo gerade an etwas Aktuelles dranhängt, sondern eben halt auch mal hinter die Bücher geht, hinter die Phänomene und grabt und schaut, woher kann das kommen, mit was kann man das zusammenführen, mit was kann man das vergleichen und wie kann man das dadurch reflektieren? Hier in dieser Phase werden diese Haltungen ausgebildet, wird geübt, Stellung zu beziehen und das ist das, was wir dann brauchen im kulturellen Bereich. Wer keine Interessen vertreten kann und Stellung nicht beziehen kann, der kann keinen Erfolg haben. Der Gegenstand Theater hat sich in diesen Jahren schon auch weiter so entwickelt, dass diese beiden Disziplinen, künstliche Tanz und künstliches Theater eigentlich immer näher kamen und dass diese Grenzen auch aufgebrochen wurden und das macht dann auch Sinn, das wissenschaftlich auch so zu behandeln. Damit haben wir ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, in dem wir dann die Tanzwissenschaft hier mit etablieren, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Theater und Tanz dieselben Wurzeln hat. Was wir also auf alle Fälle einbeziehen, das sind drei Dinge, erstmal ziemlich viele Theaterbesuche, Besuche von Tanzveranstaltungen. Theateraufführungsbesuche gehören einfach zu dem Einmaleins unseres Studiums, also man weiß nur, was man kennt und was man gesehen hat und wenn man nicht viel rezipiert und viel anschauen geht, dann kann man irgendwie in dem Fach auch nicht wirklich mitreden. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir dann recht viel mit Anschauungsmaterial über Video arbeiten. Für mich war auch im Grund Theaterwissenschaft zu studieren, mal zu sehen, was gibt es eigentlich und was kann ich davon in meine eigene praktische Arbeit mit hineinnehmen. Und das dritte ist das Berner Studentin-Theater. Das ist die Möglichkeit für die Studenten praktisch zu arbeiten und zwar in allen Berufsebenen des Theaters. Die nächste Praxisverbindung sind dann die Praktika. Ja, das ist ein sehr wichtiges Instrument, wo die Studierenden dann auch Fähigkeiten entdecken oder Interessen entdecken, die sie sonst vielleicht nicht entdeckt hätten und sich vernetzen. In Bezug zu dieser Praxisnähe, ohne dass man Praktizismus macht, da gibt es bei uns eine feste Institution von Anfang an. Das sind die Besuche der Theatertreffen in Berlin, jährlich seit 1994. Wir fahren mit den Studierenden dahin. Die Studierenden bereiten sich vorher in Gruppen auf je eine Inszenierung vor. Das sind also sieben Tage, sechs Inszenierungen, sechs Abende und am Nachmittag sind immer vier Stunden Seminar zu der Produktion. Dann sieht man die Inszenierung. Am nächsten Tag muss man eine Diskussion mit den 20 Mitreisenden organisieren und leiten und durch diese ganze Inszenierung gehen in der Aufführungsanalyse. Das ist unglaublich intensiv. Und dann laden wir da viele Leute ein, also noch Dramaturgen, noch immer die Leiterin dieses Theatertreffens. Es geht darum, dass da ein selbstbestimmtes Lernen vollzogen wird. Selbstbestimmt, weil niemals wieder sind die Studierenden sozusagen von anderer gesellschaftlicher Arbeit freigestellt. Nur in dieser Phase des Studiums. Und das ist noch ihre wichtigste Selbstfindungsphase. Was mir persönlich auch gefällt, ist, dass das Institut relativ klein ist und dass die Beziehungen zwischen Studentenschaft und Professoren und Dozierenden und Lehrenden immer ein sehr gutes ist. Ich investiere relativ viel meine Arbeitszeit in die Lehre. Und da könnte man zum Beispiel sagen, da komme ich jetzt nicht mehr so dazu, einfach mal ins Blaue die neuesten Forschungsarbeiten zu lesen. Und daraus habe ich eigentlich aus der Not eine Turm gemacht. Ich mache jetzt alle vier Jahre ein Masterseminar, neue Forschung, Tanzwissenschaft. Und dann machen wir in diesem Seminar eigentlich auf mein Angebot hin, was die Studierenden dann da rausnehmen. Eigentlich befassen wir uns mit neuer Forschung. Und dadurch habe ich dann auch Zeit, mich da wirklich fundiert darauf einzulassen und weiß nachher eigentlich wieder, bin total aus Schwur, was in den letzten Jahren publiziert wurde. Und die Studierenden aber auch. Wir sind einfach gezwungen, die Lehrveranstaltungen auch so zu gestalten, dass sie uns in der Forschung mithelfen. Also das intensivste Beispiel, was wir dafür haben, ist natürlich die Arbeit an diesen Monstern hier hinten. Also Theaterlexikon der Schweiz, das waren immerhin zehn Jahre Arbeit. Es sind immer wieder da auch Artikel entstanden, in denen man aus studentischen Beiträgen diese dann umgeformt hat. Also die Studierenden aber selbst unter Anleitung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir erkennen jede Lehrveranstaltung in den 13 deutschsprachischen Instituten an. Wir haben das Vertrauen, dass die anderen auch gute Lehre machen. Begeisterung für den Gegenstand und ein Grundinteresse mit diesen jungen Leuten darüber zu diskutieren. Möglichst auf Augenhöhe und wenn die noch nicht da ist, auf diese Augenhöhe zu kommen. Ja, wir wollen unsere eigene Begeisterung bei anderen wiedersehen. Das ist das Wichtigste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017